Wir hatten heute ein super Skifest mit einem Zuschauernrekord für einen Riesen-Slalom-Samstag. Alles ist perfekt aufgegangen. Wir sind sehr, sehr glücklich. Es war aber nur möglich, weil wir unter der Woche ein Team hatten, von irgendeiner Person, aber auch von Zivilschutz und Armee, die Vollgas gegeben haben, die wirklich das Beste aus sich heraus geholt haben, damit wir die Bedingungen erfüllen können, heute Morgen bereit zu sein. Morgen ist Slalom, kommen alle nochmal, das Wetter sieht gut aus, die Schweizer werden noch besser fahren als heute, also wir freuen uns auf euren Besuch, es kommt gut, wir werden ein gutes zweites Skifest zu erleben.